Oh, da geht's auch direkt weiter. So, was haben wir denn hier Schönes? Nu-oh! Die Feinherren Nuke. Nuke haben wir letztens auch gespielt. Sie haben auch viel Fresse gekriegt, ey. Er weiß doch selber nicht, was er macht. Oh, er weiß, was er macht. Alter, im Warm-up schon. Das ist das schnellste Overwatch, ey. Kann ich jetzt schon beenden. Der Hoff... Ja. Kannst du jetzt schon hier zack und zack und zack und scheiß auf Griefing, Alter. Fuck off. So. So. Mal gucken, was hier noch so geht. Mein Handy fliegt auch schon die ganze Zeit mich selber rum. Aber hier noch das Menü. Das ist doof. Das macht er ja da. Okay. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, da wird er sofort gedinkt. Ich bin jetzt. Ja. Jetzt aber... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Nein, nein, nein. Spinnt der da? Nummer 0? Das sah gerade so heftig schnell aus. Der Gegner hat sich voll reingedockt vom USB, mein Süßer. Das ist ein Silent-Aim-Bot. Das war der Ping vom Gegner. Die Pings sind ja auch, auf Deutsch gesehen, sozusagen der Wahnsinn. Das war wohl eher Ping, anstatt alles andere. Das war's auch, um, nicht mehr. Das war's auch. Das war's auch. Das ist voll Öl, okay, erstmal Team Attack. Alter, sie pistelt gegen AWP, warum gehen die denn nicht arm? Aber sie haben im Moment alle Ecken gecovert Die AWP rafft gerade nichts im Windo Also nicht im Windo Oh, lol Nee, das haben die noch gewonnen Die anderen, also Alter, einfach nicht auf Ja, mach ja auch mal Ey, war auch noch mal Mildo auf die Wand Ich rufe echt leise dafür, dass er da oben noch so close war Sollen wir, fight'em Also bei mir ist er nicht auf dem Kopf, nicht wirklich. Nimm doch die Bombe mit wenigstens. Ich weiß nicht warum er nicht die Bombe nimmt. Das Gap da oben ist immer noch, es ist so nervig. Die Bombe mit wenigstens. 36 Steps Ich weiß nicht, aber ich gucke auch nicht die Smoke um die Ergie 1 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 Oh shit. Ich starte was jetzt eingehen Ich starte was jetzt hier Er war in slow motion, weil der Gegner auch immer da und er war tot. Alter, wie früh er um die Ecke abkrümmt. Er kann nicht wissen, dass er da kommt. Da, das ist Autoshoot, Alter. In der Slow-Mo war der Arm zu sehen, der Ellenbogen. Der hat ja eine Reaktionszeit von einem Tausendstel der Millisekunden, Alter. Spast. Nur so, da gucken wir uns nochmal einen Overwatch an, denn es ist nicht Kache Wingman. Kache Wingman. Wie der Russe sagen würde, Kache Wingman. Kache Wingman. Wollen wir uns das mal anmachen. Jetzt verebnet es halt aus. Alter, was ist denn mit der Framerate? So ein gleich stoppt die Demo auch, oder? Was ist das, oder warum hakt er und was ist hier los? Was ist hier los? So ist die Framerate. Sollten nur so machen. Ne, wo ist es? Ach da. Können auch hier Stopp machen, aber... Was macht er da? Was macht er da? Was macht er da? Hm. Was macht er da? Oh, war gut. Kann ich nur so machen. Das wäre witzig, aber... Ich mag, dass wir die Infos ausmachen. Dieser Wespenstich, oder was auch immer, das an meiner Hand ist. Aber Wespenstich? Vielleicht hat er die Wespe unterjagt. Wenn jetzt zwei Tage später ist das Rote, könnte ich uns anfangen. So. Wirklich. Ernsthaft. Ich dachte, sie sind in der Mitte rumgestehe und betrolle. Und jetzt weiß ich nicht, ey. Blablabla. 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 Was ist denn hier? Ich hab mir die Waffe gesucht und ich bin hier. Der erste Runde 7 zu 1 hatte oder 7 zu 0 Nach 2 Runden Okay, da war er nicht drauf Wenn, war es der Flick des Jahrtausends Da war ich schon zweimal eins verkackt, also Die beiden offenen Shots hat er verkackt, deswegen sage ich ihm jetzt auch mal spontan Kein M-Bot anheizvoll Alter, der ist kracke Ich bin zu hoch, Maka Link A, müsste er callen, schon ist einer hinter ihm auf K Jetzt hat er den Tor Komm mal A Da ist einer, ist mir immer noch squeaky und einer, ist mir immer noch einmal Da kriege ich ja meinen einen Follower auf Twitch noch Ist er der Beste? Nö, Maple Also auf K Auf K, schuld rum Hmmmm Bomba wurde diffusiert Counter-Terroristen gewinnen Das war gut, aber erst mal Ich würde immer gerne, dass die Tür offen ist Viel zu weit gespielt Kurz auf die Kurve Da hat er es perfekt hoch gewonnen Wie willst du das denn jetzt erzählen? Alter, die Gegner sind auch richtig schlecht Ist das ein Bunnyhop Script Aber ich weiß ja nicht mehr wie ein Strafjump funktioniert, ey. Da ist er in der Base. Bitte Nummer 2, bitte Ducky in die Base. Ja, oh ja, jetzt sieht er in der Ducky. Oh, oh, ich bin weg. Ich habe die Flaschbank. Ich habe die Flaschbank. Flaschbank. Grenade. Grenade raus. Check it. Flaschbank. Flaschbank. Smok. Flaschbank. 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 Ich verstehe das nicht. Vielleicht kriege ich den Griefing rein, weil... Das Bandiopscript kann ich nicht sagen, aber er ist einfach nur richtig hart am rumdödeln, ey. Er ist richtig der Mongo. Flaschbank. D absorb Dank einfolk. Ich gar nicht Players earnings olsun. Voll ganz Doncschlagen bei Flaschbank. 볼.